Musik Mit dem Navigationsgerät TomTom Go 5000 ist TomTom ein guter Schritt für die Zukunft gelungen. Robust und hochwertig, zeitgemäßes Design, so präsentiert TomTom sein vollkommen neu entwickeltes Navigationsgerät der Go-Reihe. Mit gut durchdachtem Bedienerkonzept, 3D-Ansicht, Lifetime, Blitzerwarnung, 3-monatige Testversion, danach für 29,95 Euro im Jahr erhältlich, integrierte Europakarte, Lifetime-Maps, kostenlose Updates, solange das Gerät von TomTom unterstützt wird. Die wichtigste Neuerung bei den neuen TomTom Go Modellen ist die kostenfreie Traffic-Nutzung. Hier hat TomTom seinen Nutzern einen großen Treuepunkt zurückgegeben. Mit der Traffic-Nutzung ist man ständig über den laufenden Verkehrsfluss auf seiner Route informiert und kann bei Störungen schneller als gewohnt auf den Straßenverkehr reagieren. Somit hat man bei den Go 5000 und Go 6000 Geräten mit eingebauter Konnektivität einfachen Zugang zu TomTom Traffic und anderen Diensten. Unter dem Begriff eingebauter Konnektivität versteht man, dass eine SIM-Karte im Gerät verbaut ist, die im ständigen Kontakt mit den TomTom-Servern steht. Laut TomTom sind die Traffic-Dienste in 25 europäischen Ländern abgedeckt. Rechts angeordnet befindet sich die Routenleiste. Sie zeigt alle wichtigen Routeninformationen wie Stau, Baustellen, Verkehrseinschränkungen und Blitzer auf der zu fahrenden Strecke an. Durch das 480x272 5 Zoll Display ist man sehr gut in der Lage, sich den Routenverlauf oder Ortsinformationen im Vorfeld anzuschauen. Die Suchfunktion für den Benutzer ist sehr einfach gestaltet. Die Schnellsuche schlägt Ziele vor, sobald der Fahrer mit der Eingabe beginnt. Mit der My Places-Funktion können Benutzer ihre Orte auf der Karte ansehen und ihre Karte mit My Places an ihre Wünsche anpassen. Dies vereinfacht es, häufig wiederkehrende Ziele schneller zu finden. Diese Funktion ist besonders für Kurierdienste interessant. Wenn die Route vom GO 5000 ermittelt ist, bleibt das Anzeigenfeld noch für einige Sekunden stehen. In diesem Fall kann man durch kurzes Drücken auf der blau angezeigten Strecke verschiedene Routenoptionen wie Route löschen, Routentyp ändern, Halt, zur Route hinzufügen, meine Routen auswählen. Sind alle Einstellungen gewählt, genügt ein Druck auf das eingeblendete Lenkrad oder einfach losfahren, um die Navigation zu aktivieren. Die Navigation ist mit dem GO 5000 sehr sicher. Wie schon erwähnt, werden alle wichtigen Verkehrsinformationen auf der Routenleiste im Fenster angezeigt. Das 480x272 Display läuft dank seines schnellen Prozessors ruckelfrei. Alle Eingabebefehle sowie spontane Routenänderungen werden sehr zügig vom GO 5000 verarbeitet und umgesetzt. Auch die länderübergreifende Routenplanung funktioniert reibungslos. In wenigen Sekunden sind auch lange Routen von über 2000 Kilometer vom GO 5000 berechnet. Wo die Mitbewerber schwächeln oder aufgeben, gibt das GO 5000 dank seiner modernen Technik Gas. Die voreingestellte männliche Stimme Werner kommt klar verständlich rüber. Die Stimme selbst lässt sich auf weibliche Aussprache umstellen. Die Halterung ist trotz der Magnethalterung erstaunlicherweise sehr stabil. Das GO 5000 lässt sich auf einfachste Art schnell und sicher befestigen. Auch das Entfernen des GO 5000 ist sehr benutzerfreundlich. Auf der Rückseite der Halterung befindet sich der Anschluss für das USB-Kabel, das vorzugsweise einen Micro-USB-Anschluss besitzt. So kann man bei einem Verlust des Kabels schnell günstige Ersatzkabel benutzen und muss nicht, wie bei vielen Herstellern, auf die teuren vorgeschriebenen Ladekabel zurückgreifen. Die neuen TomTom GO Navigationsfarben sind für die Augen recht angenehm. Etwas irritierend ist die Anzeige im oberen Bereich. Aus unserer Sicht hätte die Anzeige woanders platziert werden sollen. Es kommt doch recht häufig vor, dass der Straßenverlauf am oberen Rand durch die Balkenanzeige für leichte Verwirrung sorgt. Fortlaufende Straßen werden leider mit einer Unterbrechung angezeigt, was schade ist. Hier sollte zügig nachgebessert werden. Tipp für TomTom, der Horizont sollte frei bleiben. Die 3D-Animation ist eine Geschmackssache. TomTom ist eine gute Umsetzung der 3D-Animation gelungen. Das Fazit für das GO 5000 fällt nach einer kleinen Eingewöhnungsphase doch sehr positiv aus. Anfangs verwirrt das neue Bedienerkonzept des GO 5000. Durch die eingebaute SIM-Karte ist eine ständige Konnektivität gesichert. Roaming-Kosten entstehen dem Benutzer nicht. Was bei der Bluetooth-Tethering-Navigation, GO 400 und GO 500 Modellen nicht immer der Fall ist. Die Einarbeitung betrug nur eine kurze Zeit. Der schnelle Prozessor und das Display harmonieren sehr gut miteinander. Bei der Software hätten wir uns noch einige Funktionen mehr vorgestellt. Zum Beispiel Tankinhaltberechnung, Kostenerfassung, Freisprecheinrichtung oder auch mehrere Routen gleichzeitig vorschlagen. Die Tag- und Nachtumschaltung funktionierte sehr zuverlässig. Der Nachtmodus ist angenehm für die Augen. Man wird nicht, wie bei den Smartphone- oder Tablet-PCs, die recht häufig für Navigation benutzt werden, durch das grelle Displaylicht geblendet. Sollte man mal für das GO 5000 sein Ladekabel vergessen oder verloren haben, können wir sagen, dass der interne Akku des GO 5000 mindestens eine Stunde lang eine zuverlässige Navigation bei vollgeladenem Navigationsgerät ermöglicht. Die größte neue Stärke der TomTom GO Reihe ist, dass es ein lebenslanges, kostenloses Update für die GO-Modelle gibt. Hierbei bezieht sich lebenslang natürlich auf die Produktunterstützung. Wer ein TomTom GO-Modell schon einige Jahre benutzt, schätzt diesen großen Vorteil. Hier hat TomTom dazugelernt. Auch andere Hersteller ließen einem in diesem Fall verhungern oder boten teure Updates an, sodass man sich gleich ein neues Navigationsgerät hätte kaufen können. Durch die ständigen, kostenlosen Updates von TomTom wird das Vertrauen der Benutzer belohnt. Der Preis für das GO 5000 von 299 Euro ist für diese Leistung nicht überzogen. Man sollte immer bedenken, dass ein Navigationsgerät zum Navigieren gebaut wurde. Smartphone-Tablet-PC-Navigation sind für uns immer ein guter billiger Ersatz und bleiben eine Notlösung, die einem Navigationsgerät nicht unbedingt das Wasser reichen können. Zum Schluss ist es sehr zu empfehlen, sein GO-Gerät so häufig es geht zum Updaten am PC anzuschließen. Nur so ist man ständig auf dem aktuellen Software-Stand. Wir sind jetzt schon gespannt, was TomTom seinen Nutzern in der Zukunft noch mit weiteren Updates liefern wird. Kauftipp für das GO 5000. Kauftipp. Kauftipp für das GO 5000. Kauftipp. Vielen Dank.